Sind sie nun zusammen oder nicht? Im März dieses Jahres hatte Tim Kühnel seinen Fans verraten, dass er Single ist. Doch jetzt scheint sich sein Beziehungsstatus geändert zu haben, immerhin streut der einstige Love Island Teilnehmer Liebesgerüchte. Vor wenigen Tagen wurde er händchenhaltend mit Stephanie Herrmann gesichtet. Die zwei scheinen definitiv viel Zeit miteinander zu verbringen, denn Tim und Steffi genossen ein gemeinsames Dinner. In ihrer Instagram-Story teilte die Are You The One, Reality Stars in Love-Bekanntheit, nämlich ein Foto vom Dinner mit dem 26-Jährigen. Steffi versah das Foto mit den Worten Zeit fürs Abendessen und markierte Tim. Ein Geheimnis aus ihrem Rendezvous wollten die Reality Stars offensichtlich nicht machen. Der Hottie teilte das Bild ebenfalls in seiner Story. Am Dienstag hatte ein Insider gegenüber Promiflash berichtet, dass die zwei zusammen unterwegs waren. Am Wochenende habe ich sie gemeinsam auf einer Veranstaltung in der Nähe von Stuttgart gesehen und fotografiert, erklärte der Leser. Wie die Bilder zeigen, legte Tim seine Hand um die Blondine. Jetzt sind wir für den alten Kn直 zerstörer. Wie die Blondine habe ich sie in der Nähe von Stuttgart gesehen. Wie die Blondinein habe ich sie in der Nähe von Dr'Dерш-Bekann das? Wie die Blondine hat mich in der Nähe von Boone-Bekann in der Nähe von Stuttgart. Wenn es mir im Hintergrund von Stuttgart geht noch nicht so gut aus, dann muss ich, dass die Gronische sind und die Blondine in der Nähe von der Nähe von Stuttgart. Vielen Dank.